Und da drin sind haufenweise Creeper. Ich komm mal bei dir vorbei, wäre vielleicht ne Idee, ne? Da oben ist auch noch was, da geh ich doch erstmal dahin, tu mir leid. Moment, geh da... Ah... Agidu, ich hab es hier fast entschärft. Alle Fackeln sind leer, das ist schon mal nicht so gut. Ich hab's entschärft. Ich hab nur noch eine einzige. Ja, das ist gut. Holy... oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht gut, gar nicht gut, ganz, ganz schlecht. Ich muss mal das Wort auch so. Ja. Ja. Oh, cool, danke Creeper. Ja, also wenn ich da runter will, brauche ich entweder Leitschutz oder Schloss jemanden da runtergehen. Mich zum Beispiel. Oh, zum Leitstift. Ich muss aber erstmal eine neue Treppe bauen, weil die Treppe ist komplett im Arsch. Hm. Da ist ein Creeper neben dir. Uah! Und da ist Lava unter dir. Wenn du grad fast reingelaufen wärst. Ja. 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 Das ist glaube ich sogar totalørenter als alles andere in der Welt. Oder im Moment jedenfalls. Ich weiß nicht woher kommt, das Problem. Aber auch hierher. Im Moment. Oh, wir schaffen noch ein ouvertigeterer S letzter Mark. Ach es schon überall anders? Ähm ich glaube schon. Aber ich hab letztens so setzte gefunden jetzt. das ist ausgleich ich wo ist war er sagt wo ich mal gewesen bin und hier komme her glaube ich erinnern diesmal ohne kriege ich hier von oben runterfallen Halleluja Treppe brauche ich Halleluja Halleluja und schön dass das Ding nahe der Basis ist wenn das hier unsere Basis ist ja erstmal ne unsere Zwischenbasis zumindest ja ich hab hier nur Lederstuff am Start ja noch ne wird ja irgendwann in der MIP noch anders noch irgendwann waren noch irgendwann genau so ein Mann und wird drauf machen der Frott stein schaffen aber ich meine wir werden hier noch ne beiden Gliedfurt sein ich nutze mal hier eben die Schaube ist hier vollkommen aus dass wir hier eine Schauke haben Prozent so muss man aber extra was zu essen jetzt auch noch mitnehmen ähm fackeln haben wir fackeln haben wir fackeln nein okay ich habe kohle kohle ist schon mal gut kohle sehr gut habe ich schon mal wieder 24 wackeln alles klar hast du noch welche so ich habe gar keine Fakten ja sonst will ich ähm ich denke wir sollten mal irgendwie die Kohle jetzt weiß ich mal das Fleisch raus Moment wenn ich da sechs kohle dann hast du auch noch 24 wackeln sollte dann erstmal reichen hoffe ich lass uns die Spindere bevor wir ignoriert haben aber das war keine gute Idee oh hier ist auch noch ein Kohleblock so gehen wir wieder zurück und machen mal eben fackeln und dann sollte es erstmal reichen eben drum offen wir es da Sticks so Moment ich gebe dir die Kohle so Kohle erstmal abgegeben äh drei Sticks könnten wir noch nehmen also von daher macht du mal da macht du mal eben ich gehe mal eben hier ein bisschen entschärfen gute Idee ich bringe dir mal die Hälfte der Fackeln dann hast du 30 und nicht 30 das war genau da 30 fackeln ist ein viel okay da geht ich hatte vorher mehr irgendwann weiß ich nicht mehr mein Gedächtnis oh ja aber immerhin ich bin mir das war das war gelaufen mit 52 fackeln ja da ist übrigens ein netter von hier feuer ich auf jeden Fall nochmal oh nein welcher Typen angucken ist die Frage nicht der ergreifte ich noch nicht was ist denn hier finden ah das ist der Eingang der ist der Eingang den ich gefunden hatte von außen das ist einfach nur hier ist nichts das ist der Eingang von außen cool ja den habe ich habe ich hier gesehen dieses Gitter oder habe ich mich reingebaut und dann habe ich das gewonnen ja da war was praktisch vor der Tür oder war mh äh hier lang ja soo da lang ne warte mal oder da lang ja ok du hast es gefunden ich nicht immerhin doch hier weil hier war links ja du bist richtig gelaufen ich bin falsch gelaufen ja ich kann mich daran erinnern und jetzt bist du es an dieser Stelle so schön erinnern äh so Moment ich gucke mich jetzt hier erstmal noch ein bisschen um weil hier sind noch Wege ok ne da war ich da war hier Wege sind ok dann erkunden mal die Wege ey ok so Knochen und erkunden mal den Tod ja das war mal Knochen immer gut zugebracht hm den Tod ja ne schöne Umschreibung den Tod Umschreibung das ist wortwörtlich gemeint ziemlich wortwörtlich wenn das so ist ich lasse jetzt mal meine ProSkills aussehen was ProSkills nein noch nicht meine Güte oh dann ist ja zu schade ja aber ok so erspaste dir so erspaste dir ein bisschen Geschimpfe von mir ach ja wieso dann hätte ich nämlich äh sonst was gesagt oh einen weiteren Emirates gerade gefunden so haben wir hier irgendwas hinternein so ich hab hier eben ein Grave Digger gesehen von wo kommt er denn her da ist er alles tut hin alles tut hin hallo Greggs beziehungsweise hab ich noch gar nichts geduldet aber irgendwie brauch ich die ganze Zeit die Spawner aber das kann schon mal halbwegs nützlich sein denke ich da ist kein Spawner ok so ich hab gerade auch noch einen Spawner abgebaut ich höre die ganze Zeit eine Creeper ich weiß gar nicht woher das kommt ne ne da hab ich mich gerade erschrocken böser Sumi ganz ganz böser Sumi ok das Gebiet sieht gar nicht äh ich meine es sieht viel schlimmer aus als es ist muss ich ehrlich sagen vor allem wegen dem Soundset dadurch sind die Monster sehr langsam weil sie ja nicht springen können so wie ich oh also sehr schön wie äh für äh Gott ich muss jetzt echt langsam machen für Pugenschützen zum Beispiel also ich so Lava hier neben mir macht mich echt das war ne Hexe nein das war ich danke dass du mich Hexe nennst Mensch ah ok nein das Sound ja ich weiß brauchst du nicht zu rechtfertigen der Sound macht mich etwas nervös manchmal muss ich das drüber machen so also und ich leck wieder ein kleines bisschen das ist wo sind meine Fackeln der meine Fackeln das war ganz sicher nicht gut das war ganz sicher nicht gut das war ganz sicher nicht gut so was da ist er tot scheiße nein ich bin nicht tot ich halte Leben oder so ach du hast dich selbst getötet ok aber Natur Hilfe willst du die Sachen haben als Belohnung oder so das ist eh nichts so tolles das ist einfach mal alles zusammenstellen ich mache ich ich nehme einfach mal mit passt schon ich glaube es sind nicht mehr vieles Wunder da hauptsächlich noch die hier alle oder wo es war gut da kommt noch da immer blocken werden ne schon klar was zum ich hau ja ich blocke ich hau den da passiert nix das ist das ist das ist das problem ich weiß aber nicht warum so da ist glaube ich nichts drin ne gut ich denke das war es dann auch schon mit den Spawnern hier ja ja war nicht so schlimm wie es aussah oder müsste hier das drin sein was ich denke das hier drin ist ne bist du mal mit uns ich nehme eins und nimm es eins als lassen wir hier weiße wolle ja ich nehme das linke mach das ich habe das andere also es waren da waren drei da waren drei da waren drei eine habe ich genommen ok dann habe ich jetzt mal die anderen beiden eigentlich wollte ich eine da lassen aber passt schon für den fall der fände dass wir irgendwie beide verreckenen in Lava gleich es war sehr unwahrscheinlich aber es könnte passieren ich entschärfe die Lava jetzt erstmal ach wir werden hier eh nie wieder hingehen brauchst du nicht aber kannst du natürlich gerne machen wenn du Spaß daran hast möchte ich dich nicht aufhalten und dir deinen Spaß nehmen sicher sicher ist sicher mein Freund sicher ist sicher und unsicher ist unsicher eben so ich weiß dass wir hier aber leider noch nicht fertig sind sind wir nicht wieso nicht ich habe das Gefühl dass wir einmal ich höre hier noch gewisse Geräusche ich höre auch gewisse Geräusche aber die höre ich nicht die können auch von draußen kommen aber in einem anderen Punkt und zum Beispiel weil du eine Truhe vergessen hast mit einem Diamantschwert und einer kompletten Diamantschwert so nicht nicht langweilig 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 ja sie ich habe nicht übersehen Menschen nichts haben wir alle schon gut ich habe mich gerade gewonnen da war eine sehr interessante Tour drin so mal sehen geradeaus geht es nicht weiter dann geht es hier nach links raus kann schon wieder eine Strähne so ich tue mal die ganzen wichtigen Sachen hier ohne mal sehen in dem Raum war Toaster auch schon drinnen ganz unten war auch ganz unten war auch ok so jetzt mal selber erstmal gucken wo der Ausgang ist ich bin schon draußen ich habe auch schon Sachen in der Truhe geworfen und so dann müssen wir jetzt noch zwei ähm Zutaten finden und dann wäre das Gebiet fertig denke ich hoffentlich hoffentlich du hoffst ich hoffe ich will nicht sterben ja bringen wir die Sachen ey bisher habe ich einen Tod mehr als du wenn wir es ganz theoretisch gesehen nehmen ne rein theoretisch ja aber ich glaube bei mir ist es auch nicht mehr zu lange bis das erste Tod bei mir herkommt alles hier muss man halt sagen ist das Tutorial Gebiet und das wird noch schlimmer es wird viel schlimmer wie gesagt viel von der Map kennen du kennst erst das Tutorial oh mein Gott aber das was ich noch gesehen habe das ist das Tutorial Gebiet deswegen haben auch das letzte Mal als ich mit jemandem angefangen hatte nach ein, zwei Gebieten später hier die Map dann abgebrochen weil die keinen Bock mehr auf mich hatten und generell auf die Map nicht mehr weil äh es war lustig lag aber auch aufsicht daran dass äh wir nicht mal dabei geredet haben und die waren dann ziemlich inkompetent noch inkompetenter als ich und die waren ja inkompetenter als der Toaster oh man oh man dass es sowas gibt unserer Welt du bist übrigens zu gain ähm ich war gerade verwundet weil ich plötzlich vor dieser Türe stand wenn ich ehrlich bin okay ich war eher verwundert dass ich da ja egal äh wieder mal extrem dagegen hier ach solange du nicht am liebsten ich will nicht die Fackel nehmen weil mein und diese Ausblick nicht weil das ist nicht ich liebe diesen Ausblick hier ist noch mehr Kohle sind noch mehr Monster ach Monster auch noch kommt zu glauben zwei Spawner sehe ich ich sehe auch sehr viel Kohle und hier ist irgendwo ein Creeper woher ich das weiß ich habe ihn schon gesehen da ist er ach so ach so ach so und Spawner ist gleich irgendwann weg Spawner ist gleich irgendwann weg ihr schon danke so und einmal mutig durch geh weg mach du mal die Spawner und Spawner sind weg hallo so ich möchte erst mal und bitte ich bin guter ich liebe es diese Explosionen diese Zerstörung okay ich finde es witzig ja definitiv so also Fackel weil wir hier haben weil wir hier wieder Kohle haben oh mein Gott so dahin dahin und dahin was haben wir denn da sieht aus wie Lehm könnte Lehm sein hm und ein sehr schöner großer Baum hm hier ist noch mehr Kohle hier sind noch mehr Spawner hier ist nämlich wieder ein kleiner Friedhof übrigens und das ist eine Burg oh da haben wir doch und jetzt loote ich erstmal den Friedhof das nächste Erforschungsgebiet aber komplett looten bitte ja ich glaube mein bestes oh Emerald hat sich gelohnt oh Gott da kommt voll T-Monster ne ich loote jetzt ich loote jetzt wenn ich loote dann aber richtig einfach mal komplett durch ne ja das völlig denke ich und dann rein in die Burg würde ich sagen juhu ok ok let's go und so wir werden schon nicht sterben hahaha ach nein ich denke die Katakomben waren wirklich schon das schlimmste vom Gebiet quasi hoffe ich jedenfalls oh verdammt ich verlesse mal das Wasser ach ähhh Wasser das hohes Wasser verdammt nochmal dieses Wasser hier Mensch nochmal oh hier ist eine Tor ich denke mal hier ist nicht nur eine Tor nein wo wurden zweit das meint keiner hier ist etwas wurscht in diesem Gebiet gebraucht werden oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott wo ist der Creeper da auch damit Creeper ja genau Creeper und Brustpanzer genau Brustpanzer so ich leute mal hier gerade erst mal richtig schön aus oh Gott hier gibt es einen ja ok wie mache ich das jetzt am besten wie mache ich das am besten weiß ich nicht was machst du denn am besten da ist ein da ist ein Spawner da sind viele Creeper und äh m bei dir scheint auch rumzugehen ach ich lasse die Masse die Masse alles gut bei dir ja alles gut ich hab gerade eins mal abgebaut und äh ich glaub ich braucht gleich Hilfe gut ich bin nämlich gerade ganz oben Iron Boots es ist die ist das erste Eisenrüstungsteil glaub ich ne was wir haben müsste es sein ich glaube ich glaube ich hab die Burg schon durch ja oah ok moment ok zwei Blätsbra oder ja oh nein ich fall jetzt mal runter grandios du bist du bist ich war ganz oben bin jetzt wieder ganz oben bist du oben ich war gerade ganz oben aber ich denke so wie ich dich kenne wollen wir erstmal noch weiter looten nicht wahr ich bin gleich tot du bist tot ich bin tot so Gleichstand bin ich stolz auf mich so ich bleib mal eben kurz in der Base ich muss mich ausrüsten ich versuche aber jedenfalls bei der ich nehme jetzt Haufenweise Leder scheiße deine Sachen mitzunehmen wird echt kompliziert nimm nur das Wichtigste mit ja das Wichtigste ist gut abzuschätzen während ich von Screeper verfolgt werde und ein fassvolles im Wetter habe vor allem ich bin gerade auf dem Weg ich bin gerade auf dem Weg ich bin gerade auf dem Weg Interessanterweise machen die sich gerade Sorgen um mich hab ich das Gefühl wer was wo die anderen die von oben also die im TS ja die die feige da um ja die da feige oben rum hocken und hier nicht mitmachen wollen wobei das hier der hammer ist guaa wir können ja sobald wir dann die Hauptbasis gefunden haben da gibt es eh überall alles per Teleporter und so die einzelnen Gebiete dann können sie quasi auch noch einsteigen notfalls theoretisch gesehen ich meine wir können dann auch nach diesem Gebiet erst recht Verstärkung gebrauchen von daher daher wo ich bin hier gestorben ich habe eine Sache eingesammelt alle also gut wie alle hoffe ich hoffe ich da war schmiedert die war schmiedersinnig gestorben hier sind auch noch ein paar Sachen ganz einmal gucken hier Moment erstmal hier ist ein dann ist das Keletter Sachen gewesen irgendwann da hast du deine Iron das da das da das kann es auch haben und das und das und das und das ist dein Bogen das sind die Pfeile oh ja wenn noch irgendwas bestimmtes braucht sagt Bescheid ich habe noch ein bisschen was ich weiß nicht ob was davon genau von dir ist und so aber falls noch irgendwas braucht sagt Bescheid das habe ich gemerkt ich habe gemerkt ich habe gemerkt ich habe gemerkt bei dem wir können was das was das sind ja Aha, Creeper-Spawner, Bios. So, was haben wir hier oben? Da haben wir einen Creeper, der hinterherkommt. Da ist ein Spawner. Der... Ein Creeper, der mir vorbeiläuft? Ich glaube, der folgt mir.